Das Auge tränt da wirklich extrem, also sowas habe ich selten gehabt, dass es so extrem getränt hat. Und zweitens, nachdem ich das raus hatte, haben sich meine Augen eigentlich relativ schnell wieder erholt. Ja, das erholt, das geht schneller, wenn das Fremdkörpergefühl erstmal raus ist. Und dann habe ich halt am Abend halt das nochmal rein und wieder raus probiert. Ja, man muss es ja irgendwie üben, ne? Ja. Und vor allen Dingen, das nicht falsch rum rein zu machen. Mhm. Ja, manche Hersteller habe ich gesehen, ich habe mir natürlich, klar, YouTube und im Internet habe ich natürlich mal nachgeguckt, wie oder wonach man genau achten muss, wenn man Kontaktlinsen wechselt. Oder wie man sie richtig rum reinsetzt. Die haben oben in den Rand so eine ganz kleine Markierung reingeschrieben. So 1, 2, 3 ist bei einem Hersteller zum Beispiel. Mhm. Und dann siehst du nämlich auch, okay, die ist richtig rum. Finde ich gar nicht mehr so ungeil. Und jetzt muss man da nur lesen können, dann passt das auch. Mhm. So, wie gesagt, am Dienstag habe ich dann halt bei diesem geilen, ähm, habe ich das halt noch mit einem Fingernagel rausgemacht. Hab mir so eine kleine Beule da in die Linse mit reingehauen. Über Fingernägel halt, ne? Am Mittwoch ist das Stück da rausgebrochen. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt wirklich erstmal gucken, äh, wie ich da weiter vorgehe. Ich weiß es wirklich noch nicht. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, wir sind fast da. Stehen zwar, steht zwar noch 152 Kilometer. Denktron, fähre. Mhm. Und denkt dran, Ampel. Ich schalte rechtzeitig an. Mhm. Ich auch. Ich stehe ganzartig hinter dir. Lalalala. Und jetzt gibt Gas. Komm nicht mal mit meinem, Herr Auflieger über die, hier über die Mittellinie. Das musst du erstmal schaffen. Ich bin richtig stolz auf Sie, Herr Fumpi. Aha. Ich bin richtig stolz auf Sie. Hm. Solltest du auch sein. Träumst du? Bö? Bist du dir sicher? Aha. Aha. Und er fällt aufs Werkstattgelände? Ne? Ja. Ne, das ist kein Werkstattgelände. Das ist hier, äh, Betriebshof. Achtung, fahr nicht auf dem Strand. Da fahre ich doch so gerne auf dem Strand. Wusstest du eigentlich, dass es in St. Peter-Ording, ist das, glaube ich, ein Autostrand gibt? Äh, ja. Ja? Ja. Wo du mit dem Auto langheizen kannst. Hm, nicht nur. Nicht nur. Oh, wo haben wir... Okay, genau. Und aufbrechen. Nicht nur. Honk. Nicht nur. Äh, ja, ist so. Äh, der... Autostrand... Äh, da ist... Nicht... Da kannst du... Da heizt du nicht nur mit dem Auto, ja? Meine Güte, und jetzt schmiert mir gleich wieder das Spiel ab. Äh, äh, sondern... Okay. Ja, 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 das ist aber normal. Äh, ich sag dazu nichts. Ja, bei mir. Äh, nur, und es gibt halt wirklich diesen Autoparkstrand. Da, wenn du da bist. Ja, ja, das dauert. Äh, wo du halt auch übernachten kannst drin. Du stellst dein Auto wirklich auf den Strand und übernachtest da quasi. Ich finde, das ist eine geile Idee. Ist auch an der Ostsee. Hat man also keine Gezeiten. Also, doch. Das ist echt geil. So. Okay. Ich bin wieder da. Bist du wieder da? Ich bin wieder da. So. Gehst du noch mehr? Äh, ich stehe... Hier. Okay. Nun fahr los. Ich hab noch zwei Kilometer. Ich hab noch vier. Und würde ich vorschlagen, ich bringe meine Lieferungen erstmal weg. Mach das. So, liebe Leute, dann wollen wir doch mal wissen, wie viel Schaden so gut der Thorsten jetzt hat. Denk dran, da ist ein Stoppschild. Mr. Oberschlau. Also, ich schätze mal so drei, vier Prozent. Aha. Also, ich muss jetzt hier im Prinzip jetzt gleich schon auf den, äh, äh, großen Hof drauf fahren, ne? Okay. Oder der jetzt hier gleich kommt. Vorsicht, der geholt einer. Auf den, ach, auf diesen Gashof hier. Mhm. Muss ich mal sehen. Also, hier jetzt links, ne? Ich muss jetzt hier links sein, ja. Ne? Ohohoho, das ist aber schön, auch schön, ja. Äh, Leute, verarscht ihr mich hier gerade? Was denn? Also, da wo du stehst, da muss ich jetzt rückwärts rein. Hehehe. Äh, ja, äh, ja, cool, okay, wie komm ich jetzt hier wieder raus? Wir sind hier in der Non-Collision-Area. Ah, so, okay, dann, hm, das ist ja natürlich, ganzig. Aber, ich hab's auch so hinbekommen. Ja, ich hab's auch so hinbekommen. Okay, kann ich da hinten drehen? Nein, ne? Äh. Wie soll ich denn da jetzt, wie soll ich den in der Abladen? Na komm, du hättest, okay, ich müsste eigentlich rausfahren und du müsstest in die, du müsstest mal da alles rum rein kommen. Müsste im Prinzip einmal auf der Straße drehen. Äh, nö, du müsstest hier gerade den Weg andersrum rein kommen, wie ich reingefommen bin. Du müsstest, du müsstest hin, bei mir durch, also du müsstest einmal zurückkommen auf die Straße. Äh, äh, oah, ja. Ja, und, äh, jetzt geht er. Hast, hast doch was. So, und jetzt, und jetzt rückwärts rein, damit. Ah, was regst du dich schon so oft? Ist so voll so aufwendig. So, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, aber jetzt, da muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Gut, konzentrieren. Ja, du Arsch, das kann ich auch. Boah, so. Schenk gut an die Fähne. Und abgeladen. Und wahrscheinlich kriegt er jetzt den Auflauglieger ab. Und? Äh, was habe ich? 5,8 Prozent, ja. Nein. Wahnsinn. Kann ich aber mitleben. Da kann ich durchaus mitleben. So, dann kommen wir mal hinterher. Wenn du fertig bist. Äh, ja. Moment, ich fahr mal ein Stück zurück. Weil ich nicht plötzlich in deinem Auflauglieger lande. Ich habe übrigens noch null Prozent Schaden, ne? Ja, die, äh, ja gut, die meisten, äh, den meisten Schaden habe ich jetzt, mir jetzt an den, äh, Pfosten jetzt eingefangen. Ja, ist halt so. Den meisten Schaden habe ich mir jetzt wirklich am Pfosten eingefangen. Ja. Dann werden wir mal sehen, wie ich das hinbekomme. Mhm. Aber du musst auch zugeben, das war aber auch scheiße eng gewesen. Äh, nö. Äh, ich, mein, mein Auflauglieger ist noch ein bisschen länger gewesen. Meine Auflauglieger ist länger. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Meine ist länger als deiner, ja, ja, schon klar. Genau. Mhm, und dann messen wir mal nach. Alter, alter, das ist natürlich nicht so eine Scheißstrecke hier. Mhm. Interessant, wenn, interessant. So sieht das also aus, wenn man hinter einem herfährt. Okay. Eine ganz andere Sichtweise, weil normalerweise fahren ja die anderen immer hinter mir her. Ach, das ist ja ein langweiliger Hof. So, wo muss ich mich hinstellen? Moment. Was scheiß hinten? Hm, ich seh's schon. Oh, das versucht auch gerade einer. Genau auf diese Stelle. Super. Boah, ich muss mich genau in den Aufslieger stellen. Wo der gerade eingeparkt hat. Ah, gut, okay, Anhänger ist weg. Aber das ist einfach. Das ist, der, der Verladehof ist sehr, sehr einfach. Hehehehe. Der, nein, jetzt ohne Witz. Der Verladehof ist wirklich sehr einfach. Ich wüsste schon. Dafür müsstest du echt ein Mädchen sein, wenn du das nicht hinkriegst. Also, Fumpi ist ein Mädchen. Fumpi ist ein Mädchen. Hehehehe. Wieso? Du kommst doch hin. Interessant. Wo machen wir den Motor aus? Am Ende beeinflussen wir ihn ja noch dabei beim Tanken oder wenn wir beim Einparken. Was wird das da? Hehehehe. Schön gerade ziehen, weil das ist nämlich eine schöne Mauer. Ich weiß. Mit der Mauer habe ich ja auch schon etliche Male Bekanntschaft geschlossen. Also, was schließt du draus? Du kannst nicht Auto fahren. Ich will ja nicht so enden wie du. Was soll das denn bitte heißen? Ich fahre doch gottgleich. Hallo? Gottgleich. Okay. Ja? Nur die Pfosten hatten gerade was dagegen gehabt, ja? Ja, ja, ja. Gott, ich hab's lautet. Ja, die Pfosten hatten gerade einfach was dagegen gehabt. Aber das sieht doch jetzt gut aus. Das solltest du jetzt in einem Rutsch hinkriegen. Hm, reicht das schon? Ja. Cool. Und? Ich habe ausgezeichnet bestanden. Keine einzige Beschädigung. Aha. Genau. So. Dann, Mr. Ausgezeichnet, keine Beschädigung. Stellen Sie sich mal neben mich. Ja, psalam. So. Dann habe ich jetzt alle Lichter raus. Ja, jetzt habe ich alle Lichter raus. So. Und. Ja. Mit seinem schrottigen Scania. Hock mal immer so dazu, dass er seine Brauertüre nicht mehr aufgekommt. Das ist übrigens mein Zeitenspiegel gewesen. Ich stehe davor. Ich stehe ganz knapp davor. Aha. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Einen Zentimeter habe ich Platz gelassen. Einen ganzen Zentimeter. Wuhuhuhu, wuhuhu, wuhuhu, wuhuhu. Du konntest bloß nicht mal raus. So, aber in diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich fürs Zusehen. Wir wünschen euch noch weiterhin viel Spaß mit den Videos von WettUSS.de. Ich bedanke mich auch recht herzlich beim Fumpe dafür, dass er heute mit uns zusammen unterwegs war. Immer wieder gerne. Und mit Sicherheit sehen wir uns mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen vom ATS oder vom ETS oder vom Chillstream oder von Train Fever oder 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 sehen wir uns mit Sicherheit wieder. Bis denn dann. Hast du überhaupt noch Zeit, irgendwas anderes zu machen? Ja, ja, du wirst lachen. Ja, habe ich. So, aber... Ich fühle mich ganz so an. In diesem Sinne sage ich bis denn dann und tschüss. Tschüss.